Und den Silber abgeschlossen. Kontrollpunkt, Missionszeit. Ja gut, wir haben es einmal verkackt. Wir sind gestorben. Haha. Okay, wunderbar. Können wir hier drüber klettern? Ja, perfekt. Ist das schon unser Haus hier? Da ist übrigens ein Fremder. Was will der Fremde denn? Oh, guck mal. Ist das eine Bitch oder was? Tatsache. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'm gonna show you. Come on. Shit. All right, Jesus. Oh, man. Was ist denn mit der los? Hey, look. Let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Begib dich zum Abschleppwagen. Wo ist denn das scheiß Ding? Oh je. Nee, nee, nee. Ja, das sieht gut aus. Das ist eine gute Frage, wo mein Auto ist. Das ist eine gute Frage. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Jetzt muss ich eins anhalten oder was? Ja, toll. Kommt. Hau ab. Ach, scheiße. Ich hab gesehen, dass ich hier runter muss. Oh, come on. Come on. Gibt's doch gar nicht hier. Ach, scheiße. Jetzt haben sie mich. Nee, noch nicht ganz. Ja, Hilfe. Gut, wunderbar. Okay, das sieht gut aus. Oh, jetzt zwei Stück oder was? Bleiben wir mal hier. Bleiben wir mal hier. Und hoffen, dass wir nicht von denen gefunden werden. Oh, oh. Scheiße. Scheiße. Fuck. Okay, probieren wir es nochmal bei Paint Spray. Vielleicht klappt das ja jetzt. Ist das eine Scheiße hier. Fuck. Diese Kackbohlen hier überall. Boah, ich kann doch einfach hier bleiben. Müsste eigentlich reichen, wenn ich hier jetzt bin. Und hier bleibe. Oder? Ja, ne? Müsste passen. So, wie lange muss ich jetzt warten? Ah, kacke. Okay, fahr mir hier. Irgendwohin. Doch, hier runter. Ja, ich hab's geschafft. Perfekt. Haben mich nicht mehr gekriegt. Uh, knapp. Knappe Angelegenheit. Ja, ist auch gar nicht so weit bis dahin. Super. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Eikenartig. Sehr sogar. Wo muss ich denn hin? Okay. Ist ja kein Problem. Und wie kommen wir da rein? Ja, ich komme ja schon. Ekelhafte Bitch. Ach ja. Okay, wenn du das sagst. Ja, ich dachte, ich soll das scheiß Ding klauen. Ach so, nee. Ich soll. Ich soll ja zu dir gehen. Ich soll ja zu dir gehen mit der, mit der, oder der helfen. Ja, ja, ich komme ja. Ja, wo? Willst du mich verarschen, oder so? Na gut, von mir aus. Da hab ich's doch richtig gecheckt. Die Kleine nervt. Ja, geht doch. Das ist natürlich auch cool mit dem Endhaken da hinten. Hui. Ja, hoffentlich. So, dann gehen wir mal zu diesem herrenlosen Auto. Und schleppen das scheiß Ding ab. Hups. Okay, I've seen JB do this a hundred times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Aha. Aha. Aye, baby. Back it up nice and steady. Ah, ja. We are in, baby. Let's get this back to the lots. Das schreit schon nach Nebenmission. Das schreit wirklich nach Nebenmission. Ohne Mist. So, I ain't seen you around the hood much. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dope head. Shit changing. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Because I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay. Okay. Ah. Ach, komm. Sollen wir nicht da reinfahren? Okay, da kann ich nicht rein. Dann hat sich das ja sowieso erledigt. Ja, natürlich. Was, 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 was das Vorzug am Handeln sollte in der angezeigten Abfliege abgekoppelt werden. Ich habe gesehen, JB das nach einem G-Rock machen. Okay, Boo. Du kannst es hier drücken. Ach, ja. Okay. I'll see you on the block. Anything you need, you holla at me. Jaja, natürlich. So, was ist das jetzt? Geht doch. So, uns Zeit. Ach, Abkoppelbonus. Ja, wunderbar. Das hat auch funktioniert. Super. Dann kann ich doch bestimmt dieses Auto hier nehmen. Das sieht aus wie ein schönes Auto. Da geht ja sogar das Licht an innen drin. Wie geil. Ups. Moment, ich mache das hier gerade mal ganz gechillt. Ah. Ganz gechillt aus. Ups. Fatscher Knopf. Und zwar. Und zwar machen wir das so. Wo ist es hier? Einstellungen. Audio. Und Musiklautstärke direkt null. Sieht gut aus. Kann ich das vielleicht auch so einstellen? Nö. Ich glaube nicht. Nee, leider nicht. Okay, wunderbar. Krass, wie viele Missionen wir jetzt auf einmal wieder haben. Hammer. Jetzt fahren wir aber erst mal. Jetzt fahren wir erst mal Richtung nach Hause. Ich habe eine SMS-Empfang. Ja, super. Das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ich möchte erst mal zurück. Ich möchte erst mal ganz gechillt zurück. Und zwar würde ich auch gerne mein Auto irgendwie parken. Aber das erweist sich gerade ein bisschen schwer. So, perfekt. So geht das doch. Lass mich raten. Wir können das Auto jetzt auch gar nicht da reinpacken. Weil wir schon ein neues Auto haben, ne? Ja, Tatsache. Scheiße. Egal. So, ich versuche da jetzt mal nicht reinzulaufen. Ich möchte nämlich ehrlich gesagt nur mal meine Gesundheit aufstocken, schlafen und die Aufnahme pausieren. Fuck. Oh, of course I say that poor boy's life. Ach, du Scheiße. Das ist ja krass. Okay. Okay. Nein, ich will die Motion, ehrlich gesagt, jetzt gerade nicht machen. Ich will speichern. Ja, ja. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Äh, äh. So. Äh, Spiel. Äh, ja. Das war, wie viel Uhr haben wir jetzt? Ja, das passt. Wunderbar. Alles klar, meine Lieben. Ich mache dann hier mal einen kurzen Schnitt und dann geht es gleich weiter. Also bis später oder bis gleich. Macht's gut.